So Leute, willkommen zum kleinen Info-Video. Wirklich eine lange Zeit. Ich habe ja nur eine kurze Zeit irgendwie Info-Videos ganz viele rausgegangen. Jetzt habe ich schon, glaube ich, drei Monate keins, aber jetzt ist mal wieder ein Info-Video dran. Ja, das Hauptthema ist, ich bin weg. Quasi, ja, was macht der weiß und so. Also, ich bin ab, quasi, wenn ihr das Video seht, bin ich schon weg. Ich bin nämlich ab von Donnerstag, quasi vom, warte mal, ich gucke die Daten kurz durch, vom 20. bis einschließlich zum 24. weg, quasi, also fünf Tage. Und ich bin dort mit meiner Stufe, Lateinstufe, in Rom, so als Abschlussfahrt. Und ja, dort, man, leben wir im Kloster und sowas. Also jetzt nicht so, es ist jetzt Brot und Wasser trinken, aber also im Kloster sind wir dann da und dann besichtigen wir halt Rom und so. Also ziemlich cool wird das. Und ja, auf jeden Fall, da bin ich dann weg. Wenn es wieder sieht, sitze ich wahrscheinlich gerade im Flieger oder bin schon dort. Auf jeden Fall, ja, da gehen wir hin. Also deswegen, aber es ist jetzt nicht so, dass keine Videos kommen. Ich habe nämlich heute produziert oder bin gerade dabei. Es kommen immer noch ein bis zwei Videos, sogar zwei Tage kommen auch zwei Videos sogar vor euch. Also ich habe alles vorbereitet. Es kommen dann Videos ganz normal vor euch. Eine Bitte, schreibt mir bitte an dieser Zeit keine Nachrichten. Ich werde sie einfach nicht beantworten. Mir sagt, das ist auch ein kleiner Test, weil ich, wenn ich es jetzt hier sage, wer mir was schreibt, das ignoriere ich einfach, die lösche ich dann. Und dann schreibe ich erst wieder ab Montagabend, antworte ich dann wieder Kommentare, die ihr schreibt. Das könnt ihr gerne weitermachen, auch Bewertungen, Kommentare, das ist kein Ding, weil die Videos, die ich dann rausgebracht habe, werde ich mir dann am Abend dann mal durchlesen, alles, was ihr so geschrieben habt. Ob ich da ein paar Fails drin habe und sowas, das kann ich leider nicht direkt wissen. Aber ja, deswegen, ja, wie gesagt, ich bin die Tage dann weg. Videos schalten sich selber frei. Nachrichten kann ich nicht antworten, habe keinen Internetzugang dort, was auch euch gesagt, manchmal nicht so schlecht ist. So fünf Tage mal so ganz weg davon. Und ja, entsprechend, wie gesagt, der Server wird ja nicht öffnen, falls ein paar Uckels das noch nicht mitbekommen haben. Sollte ja am 20. öffnet werden, aber ich bin entsprechend nicht da. Und da wird ja verschoben, also wenn man es dann zukommt, am 1. Juli oder ein bisschen später, kann man will gucken. Und noch eine kleine Sache, das habe ich lange nicht mehr gesagt, vergesst doch nicht mal auf meinem Teamsweg auch vorbeizuschauen, weil in kurzer Zeit waren da sehr viele, jetzt ist es wieder so ein bisschen abgeflaut. Die IP steht wie immer, also ihr müsst mal ein bisschen in die Beschreibung gucken, da stehen wirklich interessante Sachen dafür. Auch von meinem Forum für meinen eigenen Server und Teamsweg so, da könnt ihr Bewerbung zum Architekten und sowas einreichen. Und mein Teamsweg-API, meine Facebook-Seite, wo ihr mir auch Nachrichten schicken könnt. Alles mögliche steht auch. Und also schaut da mal gerne mal vorbei, Aktiva. Und ja, dann, das war es dann mit dem Infovideo eigentlich schon. Ja, also wie gesagt, ich kann da keiner, wie gesagt, ich kann das alles erst später beantworten. Wenn ihr nicht seid, dürft ihr mir aber viel Spaß wünschen in Rom und so. So, also, ja, das war es eigentlich schon mit dem Infovideo. Also wie gesagt, ich schreibe mal, scheine auf meinem Teamsweg mal Aktiva vorbei. Nichts, weil ich nicht da bin, da sind auch bestimmt einige nette Leute dabei. Und ja, sonst, falls irgendwie, ähm, wichtige Fragen sind, irgendwie zum Server oder sowas, wie gesagt, auf dem Teamsweg kommen und x Kujaks ansprechen. Also den Kuhbeutel, den Lukas, den kennen ja die meisten von euch. Den einfach ansprechen. Der gammelt auch auf dem Teamsweg oft. Einfach könnt ihr ihn anschreiben. Und damit reden. Ich habe leider deaktiv quasi, wenn ihr im Teamsweg, da waren ein paar am Meckern. Man konnte mich leider nicht anschreiben. Wieso? Ich habe mir die Gruppe YouTuber gegeben, auch. Ähm, dann kann man einen nicht anschreiben, wenn ich anstupsen. Das Problem ist nämlich, weil ich nehme gerne am Teamsweg auf. Ähm, dann bekomme ich die ganze Zeit einen Blob, Blob, Blob im Hintergrund. Und ungefähr nur 10% sind davon auch wichtig. Deswegen, äh, das sage ich auch für die Zukunft, wenn ich auch wieder da bin, nächste Woche Montag. Wie gesagt, abends bin ich dann wieder da, so, ob 6 Uhr oder sowas. Ähm, schreibt mir, wie gesagt, YouTube-Nachrichten dann. Aber wie gesagt, dass dann auch wieder zurück bin. Weil, wenn ihr was Wichtiges wollt, dann nicht über den Teamsweg. Ja, gut, das war's dann mit dem Video. Und, äh, ja, bis zu den, bis Montagabend halt. Tschüss!